Yo Leute, Nils, die Fofu habe ich wieder am Start und herzlich Willkommen zu meinem ersten richtigen Chest Opening. Ich habe hier das alles vorbereitet. Zwei Gratis-Truhen, eine Kronentruhe, drei Silbertruhen und eine fucking Magittruhe. Und hier ist so mein Deck. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Sagen wir mal, es ist eine Special-Folge, die geht ein bisschen länger. Und ja, es ist 8.35 Uhr. Ja, so hier Pekka ist immer ein Angebot. Fireball Tesla, so hier sieht das alles aus, so sieht das aus. Ich mache mal Ton an, richtig gut. Hm, so, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Dann fangen wir da gerade das Truhe an. Gut, ganz normal. Eine, sieben. Okay. Die andere. Flexier-Sammler auch mal gut. Und siebenmal der Emilienwerfer. Oh, ich wollte schon auf Kämpfen gehen, Alter. Ich hasse es. So. Ich glaube, die Kronentruhe ist besser als die Silbertruhen. Deswegen öffnen wir erst die Silbertruhen. So, eine Selten. So. Ähm. Jetzt. Okay. So. Hm. Lol. So, jetzt kommen wir zu den guten Truhen, meine Limpfspreinde. Äh, ja. Oh mein Gott. Es wird so haftig geil. Wahrscheinlich. 366 Gold. Drei Juwelen. Es sieht gut aus. Neunmal der Bomber. Sechzehnmal der Emilienwerfer. Und. Fünfmal der Schweinereiter. Okay. Alter, wir waren nah an der Epischen dran, Leute. Das glaubt ihr gar nicht, Alter. Wir waren so nah dran, an der Epischen. Okay, Leute. Jetzt. Die Magie-Truhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Alter. Oh mein Gott. Nein. Keine Legendary. Ah, scheiße, ey. Nein. Ich will nochmal, treiben wir mal den X-Bogen, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da die Rakete können wir verbessern. Wir haben 2000 Gold. Ist für mich ungewöhnlich, Leute. Sehr. Schweinereiter können wir auch nochmal abgrain, aber. Reihenmal der X-Bogen, ey. Das ist. Alter. Aber ich hab ihn leider nicht im Deck. Lexi-Sommer werte ich auch. Dann komm ich auch besser auf Level 8. Alter. 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 Alter Loch. Mann, ich war so nah an der... Okay, so nah an der Legendary auch nicht dran, aber. Ich glaube, ich nehme was anderes als den Ballon, weil damit kommt es, glaube ich, nicht so gut zurecht. Ich nehme mal den Schweinereiter, den, komm, den werten wir mal auf, den Schmerzer, aber ja. So, jetzt macht er Schaden, Treffpunkte, Schaden, Schaden, gut. Was soll man noch reinpacken? Die Hexe, darauf wäre ich ja scharf, ne? Also, ja, die reinzupacken, ne? Der Riese möchte ich eigentlich drin behalten. Ach komm. Wir machen jetzt einfach ein komisches Deck. Das ist aber ein Match, Alter. Habe ich noch nicht ausprobiert, das Deck. Die Rakete macht sehr viel Schaden, deswegen habe ich die drinnen. Also, von Luftfachen so her, ne? Jetzt fangen wir mal mit der... Ja, okay, der hat den X-Bogen. So. Viel Spaß mit dem X-Bogen, lieber. Äh, ist aber echt. Viel Spaß mit dem Skeletten und mit der Hexe. Okay, der entfernt schon, den haben wir weg. Mit meinem Skeletten. Oder dann halt gleich mit dem Schweinereiter. Aber sie zerstören, auf jeden Fall. Den Scheiß, jetzt hat er da den Ofen. Jetzt nehmen wir hier den Hocko-Reiler. Mit Wut, würde ich sagen. Oh, der macht sehr viel Schaden, ne? Leute. Ja, der macht richtig geil Schaden mit Wut, Alter. Oh mein Gott. Also, die Hexe kriegt nicht mal so ein Goblin richtig down, ey. Komm, YOLO als Ablenkung, was? Und vielleicht zerstört er ja sogar was. Dann mach ich gleich noch Mut drauf, wenn ich das hier hab. Ja, okay, der ist der Stamm, ja. Wie ich gedacht hab, ähm... Ja, jetzt stellte da den X-Bogen auf. Jetzt kann man schon noch meine Skeletten schließen. Oh, der Minenwerfer, Scheiße, ne? Ach, komm, 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 wird einfach Kombo raus mit der Hexe. Als ob der Magier der überliegt hat. So, ich will den Trump auch mal da rumkriegen. Aber Vorsicht, er hat den Sepp, Leute. Er hat den Sepp. Das ist scheiße. Das hat den, ja. Komm, jetzt müssen wir alles raussäumen. So, komm, wir müssen jetzt... Nein, jetzt greift er sich jetzt X-Bogen an. Wir müssen noch einmal den Sepp... Den... Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Leute. Das ist jetzt echt nicht wahr. Apuladum liegt dir, ich schön. Nein, hätten wir einmal die Rakete gesendet, ne? Dann wäre das nicht beschrieben. Scheiße. Oh, hier kommt bald eine neue Karte. Nice. Aber was kommt denn da? Was kommt denn da? Wir sind schon bei 8 Minuten. Aber wie gesagt, das ist schon eine Special-Folge. Also Spezial-Folge, sag ich mal. Weil wir ein Opening gemacht haben. Das erste. Deswegen. Ähm. Ja. Ich habe ein gutes Deck. Warten Sie... Das. Ich weiß, ihr seht jetzt die kompletten Scheißkarten vielleicht, aber damit habe ich in der letzten Folge den Epic Edu... Oder... Ich habe eine geile Kombo gemacht. Richtig rasiert. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier machen soll, ne? Ich... Probier's einfach mal aus, ja? Okay. Ich probier's mal aus. So, der kann weg. So, Alexi-Sammler. Dann haben wir gleich Wut drauf, damit wir noch ein Alexi-Sammler drauf haben können. Ja, dafür haben wir ein Mittel. Die Skelett-Ammel, Leute. Scheiße. Egal. Die hält ihn trotzdem auf vor diesem kranken Stoß. Ah, ich hatte einen Bild. Yeah. Hammer. Hammer, Hammer. Okay, der Minwerfer ist scheiße, ey. Okay. Alexi-Sammler. Alexi-Sammler. Ich kann schon nicht mehr reden. Skelett-Ammel. Zip. So, der kann die One-Hit-Down machen. Gut. Shit. Gefreezed. Das ist immer sehr geil, ey. Freezen, freezen. Das ist schön. Ah, ja. Wir kommen gut voran, Leute. So. So, jetzt können wir gleich den... Ah, scheiße. Das klappt nicht ganz so gut. Versuchen wir mal was. So, ich will das Ding hier jetzt auch bauen kriegen. Mann. Hauen wir mal gut drauf. Vielleicht kann er ja noch was heißen. Wer weiß. Okay, ganz wenig, aber immerhin, Leute, immerhin. So, jetzt lohnt sich die Alexi-Sammler, glaube ich, jetzt richtig. So. So. Scheiße. Mann. Was soll man? Ey, das Ding ist so kackier, ey. Mann. 4 Sekunden, oder 5 Sekunden, oder 5 Sekunden, oh, scheiße. Erstmal so. Knall. Damit er erstmal nicht so viel Schaden macht. Kackier, Alter, kackier. Nein. Der Minenwerfer ist ja noch da. Ey, das ist ja fies, Mann. Ey, warum Kroniker? Ich meine Ernste, das ist so kackier. Ich freeze den mal. Das Skelett-Armee habe ich auch. Nein. Ey, Leute. Mann. Ich nehme jetzt ein richtiges Deck, also ist ja ohne Spaß. Ich nehme jetzt das Killer-Deck. Jetzt nehme ich das so. Ich weiß, jetzt sieht es richtig scheiße an, aber. So. Pekka rein. Prinz rein. Ähm. X-Bung nicht. Äh. Dinge. Was geht es denn noch für coole, epische? Ich nehme. Blitz. Nein. Drachenbaby. Ah, das sind ja jetzt schon fast alle episch. Nur zwei noch nicht. So. Und noch eine epische. Ich mache den Deck nur aus epischen, Alter. So, ich versuche mal, hier im echten Kampf kommen. Das ist es halt, ich will halt nicht abgestuft werden, ne? Das will ich, ob ich keine davon habe. Ach komm. Hör mal den Prinzen raus. Gucken, ob der was... Ja, scheiße, die Liedebauern, ne? Scheiße, der hat die Liedebauern. Das ist halt auch richtig gut, Mann. Ja gut, der konnte schon mal viel machen, der... Pekka rein. Muss ich socken. Einmal Riesenskelett. Habe ich schon Bock drauf. Gut, der Babydrink hat noch ein bisschen Scham. Oder halt der Pekka, ne? Scheiße, Saublenkung. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus. Ne, noch alles im grünen Bereich. Alles, alles. Da macht er auch erst mal ein bisschen Scham. Ein Schuss, toll. Komm, jetzt aber. So, die machen auch ein bisschen Schaden. Gut, ein bisschen. Ja, der wird schon daumen. Ja, easy. Geil. Rechts, rechts, rechts. Ah, gut. Oh ja. Oh ja. Und die Bombe macht auch enorm Schaden. Also enorm, weiß ich nicht, aber... Macht schon Schaden. Jetzt erzählst du mir mal den Pekka, oder? Ach, ich will nur... Hab Bock, doch auf den Pekka zu sitzen. Wenn's geht, haben wir gleich noch Wut drauf, wenn's geht. Scheiße, die Wiete, Baba. Zerstören den Turm, wenn ich ihn nix setze. Die sind so OP, ne, Leute. Wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber... Scheiße. Da kommt nur eine Scheißler, kein Hörer und haut mal Pekka weg. Genau, Alter. Da. Scheiße. Scheiße. Und die Drache. Mann. Gut. Nein. Shit. Nein. Ballon zur Auflenkung. Ja. Dann werden die Lacken down. Gut. Der will mich echt fertig machen, Alter. Das wird nicht schlau, das Ding zu setzen. Mann, die sagt Bomber, ne. Ich muss, ich kann's auch abpacken. Boah, ich denke, ich hab gewonnen. Ja. Ein Match mal gewonnen, Alter. Junge. Ja, super, Tone. Ich hab ne Idee. Wir versuchen, bis eine halbe Stunde oder so, auf Arena 7 zu kommen. Das wird aber so, so schwierig. Deswegen brauchen wir echt ein mega gutes Deck. Was hatte der denn so? Der hatte auf jeden Fall Hexe. Ich guck mir mal die Decks an, Leute. Hier. Was haben die denn so drin? Okay. Sie haben die Valküre. Und so. Okay. Ah, jetzt. Akku-Extreme Schwach. Da muss ich eben Akku holen. Leute, dauert nicht lange. Ah, shit. Hier ist der Akku. So. wir sind heller geworden wir sind jetzt was machen wir rein ich bin ich unter meinem bett hat nicht mein gesicht sind so richtig so jetzt sind wir wieder am start hier richtig glaube ich das spiel muss ich auch nicht unbedingt haben oder doch ich will ihn schon haben ja so ich bin ich bin ihnen wünsche ich viel Glück ja ok kann ich nicht lesen keine Ahnung so da fängt er da mit an dann habe ich doppelte Bogenschützen ich weiß nicht ob das gut ist naja auch zur Ablenkung wird das halt gut ja jetzt hast du einen Fehler gemacht mein lieber jetzt hast du einen Pain einen großen Fehler gut sind wir nicht so stark getritten aber kann schon geil sein mit dem Er waren als Ablenkung da haben wir den wisst soll ich den Bogenschätzen gut loll ist sogar noch ein Bubba durchgeblieben weiß ich habe da Bock sowas zu setzen hier aber da kommt eine mit einem jetzt auch das 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 sin das so das 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 Ich hab nur broken Müll! Ja und da setzt er aber die Skelett an mir quasi! Na ist zwar gut die Taktik aber trotzdem richtig scheiße man! Ey ihr wollt mich so auseinander ficken! Ja guck mal! Ey Alter! Ich raste gleich aus! Ich bin nicht so schlecht geworden Alter! Alter warum bin ich so schlecht geworden? Irgendwelche scheiß Truppen die ich hasse Alter! Magier mag ich aber! So was hier! Grabstein mag ich nicht! Feuergeister mag ich nicht! Das ist ja kein Horde nehme ich rein! Was? Skelettarmee! Stimmt! Kann ich auch mal wieder rein nehmen! Wenn ich die gerade nicht hatte! Ich glaube ich hatte die gerade nicht! Ich weiß nicht! So jetzt probier ich so ein Match! So! Ohne online erst mal! Vielleicht testen wir wie das ist! Lakaien Horde! Wollen wir gleich mal sofort Wut drauf! Ah das sieht schon mal geil aus! Auf alle so Turm zerstört sofort! Das wär neu Leute! Das wär wirklich geil! Ja guck mal sowas wie in die Lacken! Da hat man keine Chance Alter! Ich weiß was ich jetzt reinmachen muss! Die Pfeile! Und weder der Sepp oder die Pfeile! Aber ich nehme die Pfeile! So Leute! Ich nehme jetzt den X-Bogen rein! So Spiegel nehme ich noch nicht rein! Huboldtfass nehme ich mich rein! So! Entferne Turm könnte ich auch rein machen! Aber naja! So Alexi bleiben mir wirklich gut! So jetzt ballert er erstmal ein bisschen! Ach komm gut! Bringt das was? Bitte ja! Ja! Ja es bringt sogar was! Lol! Lol! Ziemlich sind ernst! Oh 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 oh! Okay! Okay! Sieht schon mal nice aus! Ähm! Ich weiß jetzt nicht ob er weiß wie das geht! Aber ja gut! Uuuuuh! Uuuuuh! Die hat zerstanden den Turm ne! Die Ertin kann verlassen alter! Natürlich hat er einfach nur schlechtes Internet oder so alter! Ist ja mega geil! Komm Goldruhe! Ja! Geil! Ja nicht mal ne gute Truhe wieder! Nice! Aber der hat doch nichts gesetzt! Muss man sagen! So! Wie gesagt! Wir machen bis 30 Minuten glaube ich! Eine halbe Stunde so! Ähm! Ich hab auch eine geile Idee wieder! Eine richtig geile! Es ist ein Let's Play! Aber das werde ich noch nicht verraten! Glaube ich! Wenn dann irgendwie so eine Special Folge oder so! Ja! Scheiß! Pfeile? Ja! Ähm! Hätten die zwar glaube ich eh nicht geschafft aber! Ja guck mal die Hexe hält nix aus ne! Das ist unglaublich! Jetzt hat die Hexe einmal gewonnen gegen den Mario alter bei mir! Ja! Okay! Ist auch Hexe Level 3 ne! Muss man ihn lassen! So! Down! Die Buben! Oder den X-Burm! Die könnte ich auch mal wieder aufstellen ne! Der war ja geil! Jeder hat seine eigene Taktik! Ich mach Wut drauf! Scheiße! Jetzt hat er mein Wecken! Pfeile drauf damit er auch schnell! Nein! Scheiße! Ja! Ne! Das müssen wir! Das sollten sie unterlassen ne! Junge! Der macht mir richtig nahr alter! Mit Wut und X-Bogen und alter! Er hat sogar mehr schon gemacht als ich! Lol! Magia! Sklitterne! Gut! Magia! Müsste den auch down haben! Wenn mich nicht alles täuscht! Ja! So! Tiro! Tiro schnicken geht! Wä-Wä-Kin! So! Huwoldfoss Magier Skelettarmee Sag ich mal Scheiße 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 Ja Scheiße Kacke Große Scheiße Mann Alter Ey das Mann Ey ich bin echt nicht für dieses Kackspiel geschaffen Ey das Spiel hasst mich Alter es hasst mich einfach Äh okay Es sind schon ein paar Leute beigetreten Was gibt's denn so noch für Karten Ich nehme jetzt all diese Sachen rein Mal gucken ob das was wir Also sie kann ohne X-Bogen Minenwerfer sowas Nämlich erstmal rein Öfen Dann Tesla Dann Inferno Turm Können wir rein nehmen Und Und Dö 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 West Was waren da noch Ja hier das Und den Bomben Turm Jetzt sollte es ein heftiges Deck sein also schon wieder gegen die ich habe schon bock auf den elixier sammler wenn das was wird mir das ist nichts aber ich versuche es ich fühlte es ja ganz geil nun habe ich lange nicht mehr benutzt damit gewünscht okay ja okay das war richtig scheiße jetzt in firma zu haben wäre geil aber erst alexis haben wir sitzen aber den bomben zu mir auf oder so den set da leistet ihr auch noch wissen was aber ein bisschen muss alles zur ablenkung auch und zu schaden hinzufügen so geile ablenkung muss man schon sagen entfernen zu haben auf jeden fall ja da da und ist die da warum so nahm firmen minwerfer scheiße so die seppich mal scheiße die habe ich nicht richtig getroffen glaube ich nein das kann ich sagen also wieso kriegen die man tun immer so schnell ich habe hier wieder einfach fix kann man nichts anderes dazu sagen wir sind schon über die minuten drüber alter alexikulaktor machen wir mal hin bevor ich das lit play angefangen habe war ich richtig gut also da wo ich noch egal ach bomber tun kommt es bringt glaube ich sogar was ich bei den barbaren und den entfernen zu die kamer und wir auch noch mal und die jetzt nichts gemacht und der x-bogen ja du brauchst auch nicht auf die skelette schließen wir haben so sieht man hier den entfernen zu ich nicht das ist ein bisschen peinlich alter wie weit der niebeerfahrt ist das ergibt mich so hart leute es ist so hart kacke so kacke richtig scheiße man leute das war es in dieser folge ich glaube es hat euch nicht gefallen aber du hast auf jeden fall eine bewertung da ja bis zum nächsten mal macht's gut leute und ciao